Привет Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Heute spielen wir ein Rennen von mir. Und dieses Rennen nennt sich... Alles klar? Und wir machen mit dem Rennen Masters of Dirt. Masters of Dirt. Ja, das machen wir. Und ich fang mit einer Bitte küssen an. Was geht ab, Leute? Wir sind wieder da mit einer zweiten Challenge, einem Rennen. Mit... Robus. Und einer macht Fickerische. Und der... Radne Mal. Mit der Dinka. Ich bin mit der Dinka. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das kann auch noch cool werden. Das kann auch noch cool werden. Wir probieren mal mit meinem Wagen. Wir probieren mal mit dem, was wir haben. Wir haben den schwulen Helm. Komm einfach mal zum Motorrad genommen, weil es einfach ist. Alles klar. Ach so, ja, das hätte ich auch nennen können. Oh, aber fangen wir an, Alter. So. Wer ist hinter mir? Yeah. Oh, ah, wie unfair. Ich wurde einfach mal dort gespawnt. Okay. Okay. Ich hab ihn gezwungen. Tja, ich nicht. Ich hab Türbeeren. Alles klar. Ja. Ich kann nicht hupen, weil bei meinen Hupen normalerweise Nitro ist. Scheiße, bei mir auch. Fuck it. Komm. Ich bin tot. What the fuck. Ich gehst runter. Yeah. Ja, ja. Oh, da geht's nach unten. Wie geil. Alter, was. Oh mein Gott, Alter. Da musst du ja so ein Salto machen. So. Doppelsarm, oder? Oh. Der hat wieder überholt gemacht. Alter, ich führ einen Millimeter vorbei, das zählt nicht. Ey, Mann. Ich muss von vorne anfangen. Ich kann extra dagegen. Scheiße. Ich hab den schlechtesten Motorrad der Welt genommen, Alter. Mit dem Auto bin ich besser. Oh, Alter. Tschüss. So. Nice. Erste Runde. Ich kann nicht noch aufholen. Nein, mein Witz. Doch, kannst du. Das überlebt man nicht. Ich hab's überlebt. Du wirst es auch überleben. Nee. Oh, ja, endlich eine Rampe. Boah, ich hab's überlebt. Was? Ja, das ist einfach die Überlebung. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Dann machst du Backflip runter. Ja. Ich bin halt nicht so viel nach. Ich bin auch auf den Reifen aufgehauen, aber ich bin gestorben, natürlich. Nein! Heißt, der Beach. Selbst mal, immer wenn ich nicht schaff, selbst noch gegeben. Okay, ne, 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 ne. Das ist eher auf den Schmutz bezogen. Begegeben, Alter. Ich muss driften hier, ne. So, hier. Oha, lauflich, ja. Hier. Geht ja, ist nichts für mich. Nee, wirklich nicht. Nur eins los. Nur so schießen oder sowas. So. Das brauchst du richtig. Ich nehm nichts für mich. Ich hab' einen Squad-Dollar. Die gehen wenigstens ab. Juhui, sterben. Oh, irgendwas hinter mir. Nee. Keiner. Du träumst. Oh. Naja, 100% schaffen tust du's ja nicht. Nicht immer. Wow, ich hab' den Punkt mit deinem Saldo. So. Ich mach' jetzt klar. So. Ich kann's nicht mehr schaffen. Ich hab's überlebt, okay. Ja, geht. Bruder ist jetzt hinter uns, jetzt müssen wir uns beeilen. Wow, Bitches. Nein. Okay, einmal hab's überlebt. Also. Einmal, kurz. Oha, nein. Oha, nein. Oha, nein. Oha, nein. Ich mach' hier Salto für Salto. Runde 3 von 3. Ich hab' den hier aufgeholt. Oha, ich hab' den hier aufgeholt. Oha, ich hab' den hier aufgeholt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mach' einfach was, was ich jetzt nicht machen darf. Nee. Scheiß geht's ja los. Oha. Ah, kann man nicht aufsteigen? Nee, nur bei Gitarren. Schade. Nein, ich wollte euch immer richtig... Baaah. Wollte euch abschießen, ne? Bringt dir nix. Wir sind weiter als du. Hehehe. Ich weiß. Aber genau am Ziel wollte ich euch abschießen. Welches Ziel? Kennst du ja. Ziel ist doch da in der Mitte. Ich mach' jetzt nochmal einen richtig kleinen Vorwerkzeichen. Oha, ich hab' einen Backflip gemacht und jetzt auf Schnauze gelegt und bin gestorben. Nein. Oh Gott, Alter. Nee. Ich hab' einen Aufzug. Oh Gott sei Dank. Ich steh' so auf der Rampe und er überholt mich so. Wird gewonnen? Ich bin Platz 1. Echt? Na ja. Hellor. Guck' mal wie schlecht ich bin an. Juhuu, bitches! Okay. Allah bar. Dann pok' mich dem Kormann und begegne selbstmord! Begegne. Begegne selbstmord, das ist. Begegne... Oh Gott, das endet in 20 Sekunden. Das schaff ich nie. Das kannst du noch schaffen. Das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein kleines Rennen. Bis zum nächsten Mal. Das kannst du schaffen. Das kannst du schaffen. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Komm, 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 komm. Okay, du hast versaut. Wärst du nicht einmal gestorben, hättest du das Geld überlebt. Also Leute, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Challenge. Ciao. So, Geld noch einkassieren. Mach's in mir, mal gewinnen. So, hier bin ich. Wir haben gewonnen. Ich würde sagen, das war's von mir. Und... Ja.